Wie kann man bei YouTube einen Film hochladen und einer Playlist hinzufügen? Mein Name ist Firmin Lenherr. Ich bin hier eingeloggt bei YouTube. Ich halte Ausschau nach diesem Kamerasymbol mit dem Plus, klicke darauf, denn ich will einen Film hochladen, also hochladen. Ich kann hier den Film auswählen auf meinem PC oder, ich habe es hier vorbereitet, direkt aus dem Windows Explorer Fenster einen Film packen, hier hinzufügen. Dann kommt dieses Fenster hier. Entscheiden Sie sich, ob das ein öffentlicher Film sein soll oder nicht gelistet. Das heisst, nur wer den Link hat, sieht den Film. Genau das will ich. Und nun hier gehe ich zu meinen Playlisten. Die oberste ist YouTube. Ich mache einen Haken hier bei YouTube. Und das war es dann schon. Ich kann hier auf Fertig klicken und warten, bis der Film fertig hochgeladen ist. So, hier ist der Film fertig hochgeladen. Hmm, aber wo ist die Playliste? Gehen wir auf die Suche. Ich gehe natürlich hier bei YouTube auf mein Kanal. Hier sehe ich alle Playlisten und hier sehe ich die eben erstellte Playlist YouTube und es hat hier bereits ein paar Filme drin. Das war es. Das war es. Das war es. Das war es. Untertitelung des ZDF, 2020